Das Leben ist ein Pornofilm und jeder ist der Star. Komm, zieht euch aus, macht einfach mit, ihr seid so wunderbar. Mein Name ist Evil Dick Masterson und ich bin Erotik-Darsteller seit über 25 Jahren. Was ich von meiner Arbeit in den States mitgebracht habe, abgesehen von im Hinblick auf zwei ABN Awards für den besten ausländischen Darsteller, ist vor allem Professionalism. Hey JJ, können wir noch eine Runde? Ich habe zwei Silak reintus, bitte, 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 guck. Nee, sorry Evil, für mich ist jetzt erstmal Schluss. Guck mal, ich bereite mich gerade auf meine erste richtige Rolle vor. No, fuck man, fuck!